Willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so lange ein Video hochgeladen. Ja, aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber hier habe ich ganz viele Kisten. Die öffnen wir gleich mal. Und was ist drin? Scheiße! Ja, habe ich schon was vergessen. Und Hansi ist auch dabei. Von dem Kanal Hansi Büsche. Der Xaufenfischer. Xaufenfischer. Ja, dann machen wir jetzt halt gratis drum noch auf. Glattis drum. Alter, Alter. Ich bin auf einen Kampf gekommen. Ich lasse mir auch gerade wieder Kastelkirsch spielen. Ja, dann spielen wir jetzt kurz gegen Dalili. Oder wie der heißt. Wie der heißt. Also ich mache mir auch noch ein Video. Ja. Und ich mache dann auch noch ein Video. Also ich starte es jetzt dann gleich. Also ich lasse mich noch schnell. Also hier ist noch mehr. Alter! Kacke! Nein! Was wird das, wenn es fertig ist? Da-da-da-da-da-da. Genau! Wurde? Warum hast du eigentlich niedelselig? Weil es bock macht! Nudel! Mit RT! Oh! Alte Kacke! Kann ich mir helfen! Ach, warum habe ich die hier platziert? Hier ein Ausfluss, wie wir es installieren. Genau, wie sieht das aus, wenn ein Fittus Konrad fliegt? So. Oh, wegen der Bestrafung kriegst du ja nicht hochgeladen, oder? Nein. Bestrafung. Könnte leider nicht sehen, aber die ist extrem lustig. Ja, das können wir jetzt schön sagen, wenn sie nicht hochgeladen wird. Ich hoffe, dass es irgendwann nicht geht, aber bin mir halt nicht sicher. Alter, warum hat der nicht mehr geschlagen? Warum machst du eigentlich in meinen Videos so komische Geräusche? Alter, ich esse doch nur was. Ja, wie ist denn nur was? Ich habe verkackt. Wolltest du mir nicht... Ich dachte, jetzt ist mein Video. Ja. Hansi startet jetzt auch gleich ein Video. Das ist schon gestartet. Hallo und herzlich willkommen in meinem Video Kostikloss. Ich habe das vor ein paar Tagen gelöscht und jetzt wieder hochgeladen. Ich gehe jetzt gleich erstens mal wieder rein. Ja, Fisch, das macht auch krass ein Video. Tolle Überraschung, Hansi, muss ich schon sagen. Also, gegen den Epic Boy. Denken wir jetzt. Juckt Karin. Doch. Nicht jetzt. Juckt's. Aua, krass. Hahaha. Ja. Ich schau mal meine Armee an. Super Armee, also. Ich muss ich schon sagen. Oh, wir wollen. Oh, halt hier. Goldstruhe. Mega geil. Muss man schon dazu sagen. Mega geil. Ich muss erst mal eine Kiste öffnen. Also, lasst ein Like da. Nicht vergessen und abonnieren, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal. Ja, ich habe erst zwei Abos, also sterben sich nicht. Für mich gilt das Gleiche. Ich habe erst ein Abo, also glaube ich nicht. Ja, der Abo ist schon. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe nie den Kanal. Ich glaube, das winnen wir. Und gewonnen. Gegen den Epic Boy. Geil. Magische Kiste. Alter. Magische Kiste. Aber ob das die Beste ist. Ich mache jetzt die magische Kiste auf, Alter. Ich schaue mal, ob das die Beste ist, die es gibt. Die Beste ist die da. Die majestätische Kiste. Oder sowas. Dann machen wir noch einen Kampf und hoffen, dass wir noch mal eine magische Kiste oder eine majestätische Kiste bekommen. Und das ist ja nicht mal was. Psss. Psss. Ich habe draußen die Läufe gerichtet. Also, wie gut ist das. Natürlich ist sie gut, aber... Mach nicht so komische Geräusche in meinen Videos. Das gehört sich nicht. Aber du musst deinem Apfel, oder? Ja, also... Ich will retten. Nein, ist das nicht. Wenn ich das sage, dann ist das nicht. Ach. Kacke, die Piraten sind nicht mehr down gegangen. Und jetzt greifen die den Orkern. Oh, das ist eine neue Karte. Pirat. Alter. Pirat. Alter, warum hat der das da gesetzt? Ja, das ist vollkommen verkackt. Oh, das ist ja nicht. Alter, es klingt jetzt was. Ja, und verkackt, Alter. Nein. War du schlecht? Natürlich bin ich schlecht. Ich glaube, wenn ich hier auch zwei mit meinem Karten spiele, besiege ich dich trotzdem. Nein. Aber gut, dann noch ein Kampf und dann würde ich das Video beenden. Ich habe ihn gewusst, erst mal. Das sind wir noch nicht. Das geht doch. Ich glaube, wir haben wieder... Hier sind Bobis, 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 Bobis. Ja, er schießt einfach Pfeile vor seine Burg. Wie dumm ist der? Wie dumm ist, muss ich mal sagen. Nur mal so, ich bin nicht dumm. Ich wehre die Piraten nicht ab. Das ist nicht dumm. Das ist nicht dumm. Wie dumm? Das ist ja so. Jetzt ist der hier. Hast du richtig. Ja. Hey, warum? Warum greift er nicht schrecklich an? Weil er dich mal gewinnen lassen möchte, weil er immer verliert und dann hat er sich gedacht, dann lässt er ihn doch mal gewinnen. Naja, wir sollen jetzt noch einen Kampf machen. Das hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Dann machen wir noch einen extra Kampf. Aber dann beende ich das Video auch. Juckt mich nicht. Also mein Video geht noch ein bisschen länger. Ich finde das immer so geil, wenn man Bogies am Anfang setzt. Ich kriege eine epische. Wer ist das Ohrkrieger? Och, Magier. Die habe ich auch gekriegt. Was soll ich mit Magier anfangen? Och nö. Magier ist eigentlich nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, jetzt hör auf, komische Geräusche in meinen Videos zu machen. Das gehört sich nicht. Alter, hör, 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 hör. Er hat Schwarze Ritter. Warum machst du so komische Geräusche? Nein, den extra Kampf hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich gebe auf. Ja. Und ich eh gleich down, Alter. Hey, warum hat der sich teleportiert? Nein. Ohne Gesicht. Und noch. Aber ähm. Ja, aber dann würde ich sagen, beende ich das Video und...